Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Heroes of the Storm mal wieder rankt mit mir den Marceau von dem Seraph Hallöchen auch von mir und äh ich bin hier unterwegs mit Malphurio und du hast glaube ich da Tykes hast du genommen, ja? Yeah, Tykes Aber ich muss mir erstmal wieder bei Malphurio so reinschauen, weil ich hab den schon so lange nicht mehr gespielt Also perfekt für das dritte Rank Spiel, für den dritten Lost Yeah, darauf freuen wir uns, wir sind eben die Lost-Sammler Letzteren hätte ich nicht aufregen können Ah, hast du aber nicht Doch, klar, ich glaube aber, nicht so offensichtlich nicht Ach so, ich muss mal die Sound-Option wieder kleiner stellen Engel, ist mir die Gesamt-Laut-Stecke doch zu laut Was, bin ich hier wieder zu laut? Ne, die Musik So, bleib ruhig dahinter, ich rede dir die allein auf der Länge Dann, zurück zum Spiel oder so Ah, da höre ich mich ja kaum, wenn man nur die Musik hört Da muss ich ja schreien, damit man mich hört Soll ich den jetzt hier Ja, so meinst du? Ja genau, nur in die andere, ich würde das vorher machen müssen Na, der war ja, der ist jetzt seitlich Statt nach hinten, seitlich Aber schau mal, da versucht es wieder Ah, schade Da, schau, der ist doch Der ist sowas von Aber den kriege ich nicht Ah, da mauselt er sich ein Ja, der kann nämlich auch fliehen Wie ein Depp Wie ein Depp? Ja, wie ein Depp Gibt ihm mal Mahler und so ein Scheiß Aua, schon mal, was er gemacht hat Heil mich doch mal hier Heil mich doch So, da brauchst du, das stimmt, da brauchst du auch Stimmt, das kann ich ja Hab ich ja gestern dann gedacht Bleib ruhig Ah, aber natürlich Jetzt kommen die hier Und jetzt wird auch Jetzt machen wir die Lilly, wir haben alle hier Komm her, die kleine Pandaren-Mushila Hallo Das ist sie doch, schau dir an Ich wollte Kraft auszulockieren, diesen Let's Play Tut mir leid, ich wollte Vagina sagen Das klingt doch schon weitaus schöner, oder? Aber Musia ist auch Katze, also Pussy ist Katze Pussy ist so Hätte hier Pussy sein, glaube ich auch, ja Ah, ich weiß nicht mehr Verlieg's denn los mit der alten Sau Weiß ich Kannst rein direkt Granate auf die Achso Granate, Granate Hab keine Ja, ich konnte ja nicht früher Tut mir ja sehr leid, ich hole mir mal Lidlid, du auch Wasser Ich komm mit Wasser ist immer gut Schönes Wässerkiss Ähm Schau mal jetzt, warte Ja, mach ich grad Oh, toll, das war Das war wohl zu weit entfernt Ich hab doch gar nicht so viele Granaten Wieso wäscht ich die hier? Ja, ich hab die weggeschlagen Ja, ich will dieses Scheiß-Dinge haben, soll ich doch Ja, ich will dieses Scheiß-Dinge haben, soll ich doch Ich sag immer sogar, weder ein Tag hin Was soll ich nehmen? LED-Granate? Nee Versteck regelmäßig automatische Angriffe? Nee Die Reichweite, oder? Ist okay Ich denk die mal oben ab Ich, äh, sammel mal ganz kurz, äh, unten die Dinge Und ich hab das mal eben ab Ja, mach das Können wir eh großartig momentan kaputt machen Das kannst du abgeben Hab doch nur vier Soll ich lieber noch angreifen? Nö, nö Ganz ruhig, mach mich, egal Ich sammel mal die Dings ein nebenbei Ja, ja Oh, oh Hä, den könnten wir eh auch angreifen Aber Soviele, die wir angreifen könnten, ja Ja, soviele, die wir angreifen können Und soviele, die uns angreifen können Ja, die, die heilnehmen sehr gut Gab keine Mana mehr Das ist nicht so schön Oh, Jenna kommt Ja, aber Jenna, Jenna Hat jetzt auch nichts geholfen So, die sind so ein bisschen Wir sind nicht hier reingekommen Nein, immerhin sind wir im Abgeben besser als die Machen wir nicht so viel mit, ne? Da, komm her, Lilly, greif doch hier ruhig an, hier Ah, da haben wir sie Rein, direkt rein, Granate, alles Der hilft aber gar nicht, ich hab schon alles Ich geh ab und dann liege mich mal kurz zur Base zurück Oder ich kann zum Brunnen, ah, ich kann zum Brunnen Okay, geht zum Brunnen Oh, da kommt jemand zu dir Das ist nicht schlimm Ich komm schon wieder raus Oh, ja Geh nicht mehr da raus Oh, leider, jetzt bist du zurück Ja, jetzt haben wir Ich finde, wir beide ziehen uns kurz ganz zurück, oder? Oder nicht? Nein Meinst du, du hast genug Mana? Ah Reicht alles Wir müssen die einfach nur ein bisschen beschäftigt halten Tun wir ja Ach, die will eine abspielen Warte ich mal, Healing Geh doch mal hier in das Dings da rein Das ist doch so eine gute Sache Wollte ich ja, aber das ist schwierig da rein zu klicken Gar nicht schwierig Einfach nur nichts, nutze die Macht Was? Haben wir oder geht's? Äh, eure Netzweber werden herbeingerufen Also würde ich mal stark annehmen, wir Na gut, äh, dann können wir die kleinen Netzweber hier unten mal kaputt machen Ach, Junge Schnellfeuer, äh, die Angriffsgeschwindigkeit Ach so, ich kann ja auch mit einer Löffel Ich kann, ich sehe es nur hier alles gerade nicht Oh ja Ich bin nicht mal ganz vertrust, wenn wir mal oben die Juwelen ein Äh Ich mach das, mach das Ich weiß nicht, ob das gut ist Ich mach mal ein bisschen Heilung, ein bisschen länger Ich fürchte, ich muss mich zurückziehen Ja, blieb dich mal zurück Yeah, blieb mich hoch, Scotty Ich blieb die Druck Ach so, darf ich noch sagen, nachdem Scotty ja tot ist Äh, ist Scotty tot? Natürlich, da ist Schauspieler davon Hey, was, da war doch hier dieser, ähm Nein, das war Scotty, Mann Nimm mir ab, Scotty, nein, das war hier, ähm Ah, wie heißt der denn, ich sag komische Was? Ach, dieser komische, der immer mit meditieren ist, das ist doch nicht Scotty gewesen Scotty, 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 doch Der mit den langen Ohren, heißt doch so Heißt der Scotty Wie heißt der denn? Keine Ahnung, aber nicht Scotty, das ist doch so gut sehen Das war bestimmt einer seiner Namen Lass mal nach unten gehen, Lilly, die Die, die ins Gesicht kriegen, ach schade Was jetzt? Bin auf dem Weg nach unten, also Scheiße, Lilly, die kriegt grad nicht so, okay, geh da mal zurück Ja, ja, schau, wie ich sie mit meinen Granaten bearbeite hier So, jetzt verleckt auch hier rein, auf die alte So, jetzt krieg ich ein bisschen zu viel Schaden Oh, Lilly nervt hier irgendwie Ja, ich sag's doch, Lilly, die haut rein So, jetzt kommen die alle hier Ja, geh doch raus, Mann, geh hier, verschwinde Voll gut, ich mag es geil zu werden Geil zu werden oder geheilt zu werden? Geilt So, die kriegen wir So was von easy, so was von easy Oh Ja, geil, oder? Sollte ich vielleicht aufhören, das zu sagen? Ja Okay, wir werden verlieren, wir werden verlieren, wir werden verlieren, so was von verlieren Scheiße aber auch So Da, heil mal, die ist gerade irgendwie Ja, schock, komm, 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 komm Ja, weg, weg mit den Granaten hier, immer schön So, jetzt kann ich die alte mal heilen Oh, der, der geht immer so bequem, ne? Ja, natürlich, der hat ja auch alle Zeit der Welt Ach, wir haben schon wieder die Viecher Zum zweiten Mal, läuft Ja, lass mal nach oben gehen Ja, ich will nach die kurz alle kaputt machen Na, nach oben gehen wir doch noch mal Lass mich doch in Ruhe hier Ja, ich mag diese Kristalle oder Edelsteine oder Gems, keine Ahnung Ja, scheiße, jetzt wirst du angegriffen hier Ja, ich will nach oben gehen 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 Sorry, hab's nicht mehr hingeschickt Das hat nicht mehr funktioniert Da war aber hierbei jemand gekillt 3,25 Kills, wow, bin ich gut Aber ich hab 16.530 Heldenschein gemacht, ja, mit Abstand am meisten Äh, ich bin einfach godlike Ja, übertreiben was nicht, ne? Dann bin ich eben, äh, Bauernlike Könnt ihr vielleicht schon eher da strassen So, heilen können wir auf jeden Fall relativ gut hier oben Ja, ich bin wieder unterwegs Ah, das ist sehr, sehr gut So, jetzt hab ich sie zurückgeschleudert Bitch, äh, ich mein Bitch Ja, komm, Bitch, 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 Bitch Ich reiß mal hier den Turm ein, aber macht ihr ja nicht Oh, komm, 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 Granate Au, die Granate Sammeln wir alles auf hier Ich sammel hier schon mal einen hier eben Und heil dabei vielleicht Ja, aber das schließt mir den Weg Das tue ich doch gerne Komm hier nicht raus, komm hier nicht durch Ja, der Teig ist so dick, ist er doch gar nicht hier So, ich geh mal ganz kurz hier durch, alles einsammeln Ja, mach dat So, hiellen haben wir denn da? Oh, wir sollen, sollen wir uns zurückziehen oder ein Nee, 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 nee So, was machst du da? Heilen Ja, jetzt wirst du hier einge... Das ist die Ulti von dem Typi. Von Anub... Anub Arak, da. Oh, ich muss mich heilen. Ja, heil dich. Heilt uns alle. Aber ich komm nicht... Ja, du wirst doch mit Scheißen einfach. Ja, was soll ich denn machen? Was machen denn die Jinder da? Was machen die eigentlich? Also, ich würde sagen, die Scheiße einsammeln würde bedeuten zu sterben. Äh, ja gut, das wird mich da auch nicht mehr gebracht, aber... Ha, ich hab noch den Brunnen willkommen. Ja, aber die Jinder, die was fürchen, warum müssen wir ihm da abgehauen? Weiß ich nicht, weil die Angst hatte. Soll ich einen Schrumpfstrahl machen, oder? Ja, ne, ich mach einen Schrumpfstrahl. Ja, der ist gar nicht so schlecht. Das ist aber auch gar nicht so gut, aber... Weiß ich nicht. Ich werde mal hier meine Ulti aktivieren. Ja, warte, die sind hier... Ja, ich bleib das zurück, warte. Ich bin gleich da. Aber die Jinder würde ich nicht abhauen, die alte. Soll ich hier alle Niedermachen, ja, ich... So, ich hab mein Panzer nicht mehr. Ja, ich bin dabei, schau ich greife an, ich greife an, aber... Schade, 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 Schokolade. Ja, mhm, was machen jetzt die anderen vor? Oh, weiß ich nicht, volles Rohverlangsam zielet, das ist auch gut. Bisschen spät hier hochgekommen sind die, ne? Ja. Aber das ist immer so. Am Anfang rocken wir und am Ende verlieren wir. Ja, immer, ne? Voll geil. Was soll ich das sagen? Das ist jetzt jedes Spiel. Ah. Oh, Gott. Oh, es scheitert mein... Mein Angriff hat abgewehrt. Das gibt's ja gar nicht hier. Komm mal, lieber ein bisschen zurück hier. Man, ich denke immer, du bist in meiner Nähe. Wieso verlässt du mich immer? Wir haben hier um die wichtigen Dinge kümmer. Nichts ist wichtiger als meine Person. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall da unten verteidigen. Ah, okay. Eigentlich könnten wir auch mal so ein Camp einnehmen. Könnten wir. Ich würde das nicht alleine machen. Wieso nicht? Voll geil, so ganz alleine. Ah, die abgehauen. Da ist sie doch. Anu, Anu, Anu. Oh, weg, oh. Ja. Ja, ich vergesse mal, dass sie teilen muss. Ja, ist voll und wichtig als Heiler. Scheiße. Ich bin mal ein bisschen kurz zurück hier. Jetzt bin ich zwei Mal gestorben, das finde ich nicht gut. Und habe 5, aber 5,5 Kills. So geil. So ein bisschen kann ich hier versuchen reinzuhauen, aber helfen uns dann auch ein Wackengrenzen. Ja, das glaube ich dir. Oh Gott, der will das auch nicht. Ja, ich muss öfters mal wieder meine Ulti aktivieren. Als riesiger Kampfpanzer ist es viel leichter. Da gebe ich dir recht. So, schau, wenn die weiter angreifen, dann bleibe ich als Panda, komme ich zu als Panzer her. Und die greifen an, oder? Die... Sag nicht, dass sie jetzt nicht mehr angreifen. Natürlich nicht. Oh, ihr Mistkerle. Jetzt habe ich meine Ulti verschwendet. Hätte ich dir aber auch sagen können, dass sie jetzt wahrscheinlich abhauen. Ich versuche mal oben, hier die Finger abzuholen. Ich hoffe, es gibt mich jetzt hier keiner, weil sonst bin ich down. Ja, mach einfach... Ah, das kann ja auch da queren, hier und das. Wenigstens noch Minions auf leichte Art und Weise getötet. So, die kommen jetzt alle zu euch. Ich werde versuchen. Ja, ja. Wieso bist du da oben so weit hingelaufen? Ja, aber warum sind denn alle da bei euch geblieben? Die hatten noch kaum noch HP gehabt. Ja, weil die dumm sind und die Minions gemacht haben. Das Camp, das war viel wichtiger. Camper behindert? Du hättest jetzt drei vier Leute davon abzwacken. Ja, ich bin ja nach vorne gerannt, aber die anderen eben nicht. Ja, ich weiß, deswegen wundert mich, dass es gerade so ein bisschen... So... Ja, mich auch. Mich auch. Was willst du machen? Ja, so ist das eben. Keine Absprache hier. Ich bin ja abgeholt. Einmal geklautzt. Oh, schon mal, wie ich gerade ist, Kassier, wie ich kassier. Die... Wer tötet mich natürlich. Ja, das ist so logisch, was hier passiert, weil die alle... Kein Plan haben, wie die angreifen. Ja, die... Wir verkacken schon wieder am Ende. Wieso? Wieso? Alter! Das lässt mich gerade, dass unser Team scheiße ist. Oh Gott, immer mit der Ruhe. Ah, stick to together, ja. Das wäre mal eine gute Sache. Jetzt bin ich dreimal gestorben wegen solchen... ...Misskernen. Ja, gut. Das bringt jetzt eh nichts mehr. Also ich glaube, die Runde wird wahrscheinlich schon relativ schnell wieder vorbei sein. Ja, noch. Ist nichts so entschieden. Nee, aber ich sag jetzt mal... Wenn wir uns hier zusammenreißen würden. Für mich nicht. Aber die jetzt könnte auch mal abgeben, die Jenna. Ja, ja, könnten wir mal. Dann könnten wir die nächste Fuhre. Sollten vielleicht mal die Jenna so ein bisschen... Unterstützen so... Ja, toll, jetzt ist es egal. Na gut, das war jetzt auch wieder... Lärchen. Ja, aber lass sie weiter einsammeln und dann am besten noch sterben. Das ist so lustig. Das mein ich ja. Damit gibt es zu viel davon. Ja, ich mach wieder hier... Diesmal sollen die mal hier ordentlich hier kassieren sollen die. Weil ich merk schon, ich mache von dem hier einfach zu... Die haben sich im Bosnischen, das war nicht doch schon. Ja, wir machen einfach... Ich mach einfach nicht so selten die Mühe zu sehen. Ja, schon. Schält hier schon ein bisschen auf. So, ja, ja, mach mal hier Angreif überall. Komm, 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 komm. Ich sterb schon wieder. Ja, so viel kann ich nicht heilen. So viel kann ich nicht heilen. Das ist ja auch keine Lilly, die hält auch gerade ihr Team. Das war zum Kotzen, junge, Alter. Ja, da gut, dann kann ich nichts machen. Die Lilly ist einfach zu meint, hier habe ich das Gefühl. Die haben scheiß Alkohol. Funktioniert das hier alles nicht. Ein bisschen, ein bisschen verfrickelt. Äh, wir haben, was haben wir denn? Wir haben einen Heiler, wir haben ein Assassinen oder zwei, ich weiß nicht, Funkelchen. Ach, so, mit Jaina, falls Funkelchen auch ein Assassiner ist, haben wir drei Assassinen. Einen Spezialisten und einen Heiler. Ist vielleicht nicht die beste Teamzusammenstellung. Schön gesagt. Und die haben, und die haben, und die haben, was? Jaina, das ist einfach zu, ne? Funkelchen, weiß ich nicht. Teich ist das einer auf jeden Fall. Und Jaina auch, ja? Habe ich nachgeguckt letztes Mal. Ich sag ja, uns fehlt so eigentlich ein Tank in der Hinsicht. Ja, ich schon. Und, äh, es wird aber alles nicht so schlimm, wenn... Ja, gut, ich sag jetzt mal, und deswegen musst du, wenn du als, äh, die letzten beiden, die auswählen, die müssen das ja quasi, äh, so auswählen, dass die auf das alles abgestimmt sind, ne? Haben wir doch. Ja, geht das. Ich hab Heiler genommen, aber, ähm, du hast jetzt kein Tank oder so genommen. Ne, darauf hab ich nicht geachtet, dass die Gegner so dumm sind. Ich mein... Ja, wie soll ich den denn heilen? Ja, wie soll ich denn hier runtergehen? Nein, schau mal, Mann. Ich wurde einge... Jetzt natürlich, die versammeln sich um mich und jetzt bin ich so gut wie tot. Der hätte den hier umbringen können. Wen? Ah, dieser Typ, ne? Fehler, die ich hätte niemanden umbringen können. Oh, dieser ist ein Sergeant Hammer. Wenn ihr bei mir geblieben, wir hätten ja noch ein Sylvana zumieten können. Ah. Ah, okay. Das ist, das ist vorbei, ja. Hammer! Hammer? 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 Ja, einmal angemeckert. So verliegt. Jaina, 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 Jaina ist ja alles gestorben. Ach, das war ja mal eine erfolgreiche Runde. Malfurion! Oh, ich kann gar nicht, warum war das? Oh! Oh! Ich kann gar nicht, warum du bist. Ich kann gar nicht, warum du bist. So. Aber ich hab' auf jeden Fall schon mal tschi-tschi-tschi-tsch. Prozent aber er hat noch einen Roboter rausgeholt hier der macht jetzt alles alles kaputt machen wir jetzt hin mit okay er wird und Janne Jonsen oder was? der ist geflohen ja ja das sei geändert bei dem Bildschirm ja ich ich mache noch nicht zu Ende ich warte ich will meine Statistik anschauen in die Brust dieser gar nicht anzugucken ah wie gut war ich noch 35.633 Helden schaden da bin ich froh ach liebe Zuschauer ich hoffe ihr hattet Spaß bei der Folge wir auch bestimmt Seraph lacht schon voller Freude jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal ciao